So, wir schauen uns jetzt noch die Kommunikationsmodellierung in den Aktivitätsdiagrammen an. Was wir vorhin ja schon gesagt haben, ist, dass der wesentliche Unterschied zwischen den Aktivitätsdiagrammen und den bisher betrachteten Sprachen die Möglichkeit ist, dass Abläufe auch außerhalb des klassischen Kontrollflusses, also dieses Ablaufpfeils, der Verbindung der Aktivitäten mit Pfeilen möglich ist. Also, wenn wir uns beispielhaft nochmal anschauen, wie wir es zum Beispiel in den Flowcharts gehabt haben, da gab es diesen Startknoten, dann gab es irgendwo einen Endknoten und dazwischen gab es eine durchgängige Verbindung über die einzelnen Aktionen hinweg, über die einzelnen Operationen hinweg. Genauso in der EPK, auch dort gibt es einen durchgängigen Kontrollfluss vom Startereignis bis zum Endeereignis. Wie auch immer dazwischen verzweigt ist, wichtig ist hier, es gibt immer eine durchgängige Verbindung und alles. Es passiert nichts außerhalb dieses einen Kontrollflusses, der vielleicht dann irgendwo mal verzweigt wird oder parallelisiert ausgeführt wird, aber es gibt genau diesen einen Kontrollfluss. Mithilfe der Kommunikationsmodellierung ist man jetzt ein bisschen flexibler, kann man auch auf externe Reize jetzt explizit reagieren, beziehungsweise kann man solche externen Reize auslösen. Man könnte also unterschiedliche Prozesse, in dem Fall im Aktivitätsdiagramm Aktivitäten, koppeln und oder auch innerhalb des Prozesses an unterschiedliche Stellen springen, beziehungsweise unterschiedliche Stellen miteinander, im Prozess miteinander kommunizieren lassen. Vielleicht schauen wir uns das anhand eines Beispiels an, dann wird es vielleicht greifbarer. Ganz konkret ist das Element, das hier eingeführt wird, das Signal. Mithilfe dieses Signals können wir also solche Kommunikationsvorgänge auslösen, beziehungsweise entgegennehmen und können die mit Daten hinterlegen, beziehungsweise können wir auch, das ist dann der nächste Punkt, Verantwortlichkeiten in einer Aktivität, also in einem Prozess hier festlegen, indem wir sogenannte Partitionen anbringen. So den Partitionen sage ich dann gleich noch was. Wir schauen uns aber ganz kurz im Beispiel noch zuerst die Verwendung von Signalen an. Wir vergessen aber ganz kurz die Partition, die hier angebracht ist. Wir sehen, mithilfe eines empfangenen Signals, so wie wir es hier an der ersten Stelle haben, können wir einen Prozess spezifischer auslösen als mit diesem einfachen Startknoten, den wir vorher haben. Also wir können sagen, wenn wir das Signal Antrag, also es kommt ein Signal, das Daten tragen kann, Antrag herein, dann überprüfen wir diesen Antrag. Das Signal ist auch nicht immer notwendigerweise, aber kann mit Daten hinterlegt werden. Dann passiert irgendwas dazwischen, das ist unser Prozess an sich. Und wenn wir fertig sind mit der Prüfung, dann lösen wir Signale aus, nämlich senden eine Ablehnung oder senden eine Bestätigung. Und die wiederum könnten wir jetzt in anderen Prozessmodellen oder in anderen Aktivitätsdiagrammen hier wieder aufnehmen und sagen, wie wir denn darauf reagieren möchten. Das heißt, wir können unsere Prozesse stärker gliedern, an unterschiedlichen Stellen definieren und die Koppelungspunkte sind nur noch die Signale. Das heißt, wir könnten jetzt so weit gehen, dass wir sagen, wir einigen uns nur noch auf unsere Schnittstellen. Unsere Schnittstelle ist definiert mit, welche Signale verstehen wir denn, was können wir von jemandem erwarten bzw. was erwartet oder was können wir jemandem anderen zur Verfügung stellen. Und wie es zu diesen Signalen kommt, das lassen wir in der Verantwortung der einzelnen handelnden Personen. Wir müssen vielleicht nicht einmal sehen, wie die zur Entscheidung kommen. Der Prozess kann geheim bleiben, solange diese Signalschnittstelle fix vereinbart ist und klar ist, auf was wir uns verlassen können. Innerhalb des Prozesses, also das ist quasi die sogenannte lose Koppelung zwischen einzelnen Prozessen, die wird uns bei der BPMN wieder ganz konsequent begleiten. Dort ist es nämlich eine der beiden Möglichkeiten, Abläufe oder Prozesse miteinander zu verknüpfen, Prozessteile miteinander zu verknüpfen. Signale kann man auch innerhalb des Prozesses einführen, um zum Beispiel zu sagen, wir haben parallelisierte Zweige und es besteht jetzt doch irgendeine Abhängigkeit zwischen diesen beiden Zweigen, also Split Join, kurzes Beispiel dazu, ohne dass wir es mit Inhalten hinterlegen. Wir haben Split Join, also es geht hier raus und dann passieren hier irgendwelche Aktivitäten und dort oben können wir erst dann weitermachen, wenn unten diese erste Aktivität abgeschlossen ist. Das heißt, wir könnten hier ein Signal absenden, unten an dieser Stelle und dieses Signal hier oben entgegennehmen und erst dann können wir die dritte Aktion da oben fertigstellen und machen hier wieder einen Join und sind dann fertig. Also was hier jetzt passieren würde, ist eine implizite oder gar nicht so implizite Kopplung zwischen diesen beiden Prozessteilen an diesen beiden Stellen und wir bringen hier also quasi einen Synchronisationspunkt ins Spiel. Das könnte man jetzt auch anders abbilden, das ist relativ klar. Man könnte zum Beispiel diese Aktion hier einfach nach den Join rausziehen und die Sache wäre semantisch äquivalent, wenn aber jetzt zum Beispiel an dieser Stelle hier hinten noch eine weitere Aktion sitzen würde, ist das schon wieder nicht mehr so klar, dass man das einfach auflösen könnte und hier ermöglichen wir also so eine Abstimmung zwischen unterschiedlichen Zweigen. Das wäre ein anwendungsfalsches Signal innerhalb des Prozesses. Üblicherweise aber zur Kopplung zwischen unterschiedlichen Aktivitätsdiagrammen. Das ist auch das sinnvollere Anwendungsfall, so wie wir es hier oben im Beispiel haben. Wenn jetzt innerhalb einer Aktivität unterschiedliche Personen beteiligt sind und die nicht ganz lose gekoppelt sein sollen über diese Signale, dann können wir die sogenannten Partitionen einsetzen, die wir hier jetzt sehen. Diese Partitionen ermöglichen uns, innerhalb der Aktivität den einzelnen Aktionen Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Das konnten wir schon in der EPK. In der EPK haben wir an die einzelnen Funktionen die Verantwortlichkeiten dran gehängt. Hier benutzen wir die Verantwortlichkeiten als primäre Strukturierungsdimension. Das heißt, wir ordnen den Prozess diesen Partitionen unter. Er wird dadurch, was die Verantwortlichkeiten betrifft, klarer strukturiert. Also die Verantwortlichkeiten werden sichtbarer, als es in der EPK der Fall wäre. Dafür wird der Kontrollfluss ein bisschen unübersichtlicher. In der EPK steht immer der Ablauf im Zentrum und die Verantwortlichkeiten sind Zusatzinformation. Hier ist die primäre Information tatsächlich die Verantwortlichkeit. Die nutzen wir als erste Strukturierungsmöglichkeit und ordnen den Prozess dort drinnen unter. Also kann man da erkennen, an dieser Stelle erfolgt ein Verantwortlichkeitsübergang. Das ist eben ganz klar sichtbar, weil diese Aktion in der Partition des Abteilungsleiters, der Abteilungsleiterin eingefügt ist und das Antrag prüfen beim Sachbearbeiter, der Sachbearbeiterin eingefügt ist. Was man im Aktivitätsdiagramm ebenfalls machen kann, was jetzt ebenfalls neu ist im Gegensatz zu den anderen beiden Diagrammtypen, ist, dass man Datentypen, Datenobjekte direkt in den Ablauf einbauen kann. Das heißt, es gibt das Notationselement des Datenobjektes und dieses Datenobjekt kann in den Ablauf reingehängt werden und kennzeichnet damit, dass wir an dieser Stelle explizit Daten übertragen wollen und müssen dieses Datenobjekt benennen. In dem Fall wäre es die Beurteilung. Diese Beurteilung geht also jetzt im Falle einer negativen Beurteilung in die Antragsablehnung ein. Wir übertragen sie nicht, also ganz explizit nicht, wenn wir die positive Beurteilung haben. Damit haben wir jetzt das gleiche Szenario abgebildet, wie wir es bei der EPK hatten, bei der EEPK eigentlich. Wenn wir zurückdenken auf das hier, da haben wir die Beurteilung an dieser Stelle bei negativen Antragsbeurteilung übertragen, im anderen Fall nicht und wir hatten auch hier die Sachbeiräterin und die Abteilungsleiterin abgebildet. Wir sehen aber, was hier im Zentrum steht, hier steht der Ablauf im Zentrum und alles andere hängt dran. Das Wer und das Womit. Bei dem Aktivitätsdiagramm steht das Wer an oberster Stelle. Also die beiden Modelle sind semantisch komplett äquivalent, bilden die gleiche Information ab. Also das Wer ist die primäre Dimension. Das Was steckt dort drinnen. Und wenn wir es denn brauchen, können wir auch das Womit mit reinhängen. Liegt aber ebenfalls unter dem Wer drunter. Gut, soviel zu den Aktivitätsdiagrammen. Hatten immer historisch einen Computersystemfokus. Das heißt, diese Partitionen wären einzelne Systemkomponenten klassischerweise. und war nie dafür, ursprünglich nie dafür gedacht, wirklich Geschäftsprozesse abzubilden. Und deswegen ist die gleiche Standardisierungsorganisation, die schon die UML spezifiziert hat, dann auf die Idee gekommen, eine explizite Geschäftsprozessmodellierungssprache zu machen. Und die finden wir in der BPMN, mit der wir uns jetzt dann in der Folge beschäftigen werden. Ja. Ja. Ja.